... und unschuldigen Leben, das Grauen und die Verwüstung des Krieges gebracht! Du bist dieser Welt unwürdig geworden! Unwürdiger des Titels! Du bist unwürdig! Der Liebe derjenigen, die du verraten hast. Ich nehme nun von dir deine Kraft im Namen meines Vaters und seines Vaters vor ihn! Ich, oh, den Allvater, verbarer dich! Wer auch immer diesen Hammer hält, wenn er seiner würdig ist, möge er die Kraft Tors besitzen. Wer auch immer diesen Hammer und den